Business-Lauf ist im Allgemeinen eine unheimlich tolle Veranstaltung, auf die wir alle stolz sein können, wir Salzburgerinnen und Salzburger. Und gerade für die Wirtschaftskammer Salzburg wollen wir den Betriebssport ein bisschen promoten, also die Aktivität für alle Betriebsangehörigen. Und deswegen ist es auch für uns eine ganz tolle Veranstaltung. Ja klar, es muss ständige Aktivitäten geben, eine alleine im Jahr wäre schon zu wenig. Präventivmaßnahmen natürlich sind ganz, ganz wichtig. Und die sportlichen Aktivitäten, wir sind ja, die Unternehmen müssen auch in Bewegung sein und deswegen müssen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bewegung sein. Und da hilft natürlich der sportliche Gedanke schon sehr. Es war in Rief schon immer eine sehr tolle Veranstaltung. Das habe ich persönlich auch schon sehr genossen, dort mitlaufen zu dürfen. Und Salzburg bietet natürlich einen unheimlichen Flair, wenn man in der Altstadt laufen darf. Also ich freue mich schon drauf und wird sicher wieder eine tolle, ganz tolle Veranstaltung. Ja, die setze ich mir nicht so hoch, weil ich bin letztes Jahr Meniskus operiert geworden. Aber ich sage einmal, der olympische Gedanke zählt dieses Jahr. Dabeisein ist alles. Ja, ich glaube unheimlich wichtig. Und wir haben jetzt mittlerweile schon jedes zehnte Team, was aus den Unternehmungen rauskommt. Also das heißt im Prinzip 156 Teams, die auf Initiative der Wirtschaftskammer antreten werden. Und das zeigt alleine schon, wie wichtig und welche Wertigkeit das für die Unternehmen selbst hat. Auf Wiedersehen!